Rotten Landshops! Leider, ich denke mir, wir werden es, es tut mir echt leid, aber wir werden es wahrscheinlich in unser Programm aufnehmen, wenn ich das so sehe. Ich meine, ich mache ja immer mehr Folgen produzieren hier und anderes bleibt liegen. Hm, ey, wie sieht denn eigentlich die Sachlage aus? Ah, Mr. Cecil, genau, will uns helfen, dem Mörder sein, ach ja, wir müssen, stimmt. Aber der hat es uns auch gesagt, wen alles, ne? Eva Maria, Bürgermeister Cecil, Bürgermeister Cecil, glaube ich, eher nicht. Wir gehen mal gleich zu Esmeralda und schauen mal, ob wir dort was finden. Obwohl, ich nehme an, das ist zu offensichtlich, oder? Esmeralda, ich merke mir das nie, wo das Haus ist. Und vor allen Dingen, ich weiß nie, wie man hinkommt. Ja, nee, ne, also ich glaube, Esmeralda ist zu offensichtlich. Hm. Und vor allen Dingen, ich habe noch keine Ahnung, wie wir dort was entwenden. Denn wir sind ja eigentlich keine Diebe. Fällt es nicht auf, wenn wir irgendwas entwenden? Soll ich nochmal mit ihr reden? Hm, was haben wir denn hier? Oh, ich bin kein Hero, Esmeralda, Lieber. Ich mache nur meine Dutze, für die Leger. Kommt man irgendwie in ihre... In ihre heiligen Gemächer? Entschuldigung. Hm, das war mir klar. Soll ich mit ihr reden? Keine Ahnung. Bin jetzt echt überfragt. Hm. Wir können nochmal über den Mord sprechen, aber pfuh. Nein, das wird nix. Das wird nix. Und vom Herzog? Ich meine, ist ja quetsch, mit dem zu reden, oder? Heißt der Septimus, ey? Legion's Greetings, Hunter. Und what questions are those? Hey, wo... Wartet mal, wir brauchen irgendwie... Komm, wartet mal, hier. Hier kommen wir rauf. Das ist doch schon mal ein Wort. So, jetzt brauchen wir irgendwas hier oben. Wir hatten eine Truhe. Das wäre eine Idee. Mählte. Einen Eimer können wir übrigens auch mal mitnehmen. Können wir den... Müssen wir den stehlen, den Eimer? Oder können wir den einfach mitnehmen? Ja, wir stehlen den tatsächlich. Das kann man so glauben. So, jetzt haben wir noch einen Schlüssel. Das wäre eine Idee. Zusammengelegte Hemden. Sind es Ihre? Nehmen wir einen mit. Ist ja jetzt ruhig. So, wir nehmen jetzt erst mal den Schlüssel. Ich weiß, es ist... Ja, ich weiß. Was soll ich denn machen? Wie soll ich denn jemals die stinkende Unterhose... Mitnehmen? Kann ich den Schlüssel... Nichts passiert. Nichts passiert. Eine stinkende Unterhose. Ich beginne trotzdem gleich nochmal wieder zurück. Nichts passiert. Wir haben nichts gemacht. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Wie sollen wir denn eine stinkende Unterhose von Esmeralda... Wir können uns ja nicht fragen... Hey, kannst du mir deine stinkende Unterhose geben? Das sind... Wisst ihr, das sind halt so Dinger. Das sind die... Das bin ich... Wir haben aber kein Dieb dabei, oder so. Wo ich gesagt hätte, okay. Der macht das dann für uns. Also, muss es unser Inquisitor selbst machen. Obwohl, der hat... Wenn es um den Fall geht, der hat keine Skrupe. Meister? Muss ich dir die geben? Oder kann... Oh, rennt doch nicht immer davon. Von Murphy. Achso. Ich gebe mal die stinkende Unterhose... An Scarlett. Ich weiß nicht, ob das... Ob das... Achso, ey. Ob das im Sinne des Erfinders ist. Murphy, Murphy, Murphy... Murphy... Wow, das tot Schiff schmeckt ziemlich großartig. Ich meine... Wow! So... Ähm... 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 Das hat Esmeralda gehört. Ähm... Also... Eins haben sie natürlich hier total blöd gemacht. Die Dialogoption. Äh, das muss ich... Das muss ich tatsächlich nur kritisieren hier. Ähm... Jake war großartig. Und sie hat nicht gefühlt Jake. Also ich bin ziemlich sicher, dass sie die Schmerzeste, die noch nie erlebt hat. Ich lasse mich mit. Ähm... 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 Also ich... Wer hat auf alle Fälle die stinkende Unterhose? So. Ich kann auf dem Friedhof vergammeln. Zu wen... Oh, jetzt wird es natürlich schwierig. Wirklich? Arius? Vielleicht den, den wir gar nicht mit in Verbindung bringen würden? Er hätte ja gesagt, eigentlich mag er ihn, ne? Das ist ein anständiger Kerl. Oder weiß der Bürgermeister tatsächlich? Dann könnten wir in einen Aufwasch noch Viktoria umbringen. Hörst du jetzt blöde hin, oder? Hm... Warte mal kurz. Ja! Ich geh mal raus. Wir haben die vertrotteten Überreste eines Stabs gefunden. Könnte das Perretär-Schaf sein? Echt? Wer ist Perretär? Moment. Perretär. Warte mal, die sehen wir, die auf der Karte? Perretär, Perretär, Perretär. Ich weiß gar nicht, wo wir eine Perretär kennengelernt haben. Hm. Das sieht mir gar nichts. Ganz hinten, oder? Na, ich weiß es nicht. Er wird erhaltet. Wir müssen jetzt mal schauen. Also wir gehen mal zu Arias hier, ne? Zu Arius. Obwohl, also bei ihm, um ehrlich zu sein, glaube ich so gar nicht. Dass dir wüsste mit zu tun hat. Also ich glaube ja, ich glaube ja, alle so, ne? Warte mal, das ist mir noch richtig. Ich wollte eigentlich hier hinten rum. Ist das möglich? Ähm, wo ist die Schafherdin? Wo ist die Schafherdin? Wer ist denn eigentlich hier? Das interessiert uns nicht. Ich weiß, er kriegt einen bestimmten Erfahrungspunkt, aber ein Inquisitor, der ist sich viel zu schade dafür, um einen Huhn zu fangen. Auch ein Huhn hat das Recht zu leben. Lass uns ihn entschuldigen. Schau mal auf den kleinen Blighter. Er hat nicht den Knopf. Das ist kallig, ne? Ich sag mal, ne? Bi, 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 bi. Wo ist sie? Ich kann nicht mit ihr reden. Ich kann noch ein philosophisches Gespräch mit ihr. Ernie? Nee? Genau. Nun, um ehrlich zu sein, habe ich mich noch nie als besonders mitfühlend empfunden. Bei unseren neuesten Taten zeiten wohl das Gegenteil. Oha. Also Skullet. Skullet und Inquisitor. Ob das nicht noch was wird? Koch. Was geht uns euer Huhn ein? Aber was hast du denn zu? Wo bist denn du eigentlich? Bist du eine Rekrutiererin? Mit wem habe ich die Ehre? Er wird ein Gift-Horse? Ach, Geschenke! Hm, die Untoten vor der Stadt! Die Undead. I pitied them at first. Many among them were once kind and innocent civilians of Sisiel after all. No longer do I feel that way, though. Too many of my soldiers have fallen. The dead must be put down without mercy, if we can. The bravest among my men and women tell me they are weaker in the west and stronger in the east. So I suggest you head westward if you want to flex your muscles and test the waters before blindly diving to your death. Das ist natürlich eine Idee, weil wir müssen sowieso nach Westen. Ich würde noch über ein paar Dinge sprechen, die die Legion betreffen. Lass uns einmal über diese Ausflüge ins feindliche Gebiet sprechen. Die Leuchtturm. Der Leuchtturm. Hm. Hm. The locally the mogles say it's haunted and half a dozen Legionnaires have gone to find out whether or not those are mere tall tales. I fear for their safety. Vielleicht sind ja da nur ein Liebesbad drin, die sich mit einer Kerze entstellt. Und die Grabhügel. Nun, übereinspreche ich ganz besonders gern die alte Kirche. Ich würde sie gerne besuchen. Aha, wir haben also sieben Götter. Das ist immer schön, wenn man als Inquisitor keine Ahnung hat. Also ich weiß es halt nicht. Das ist halt ein Problem. Wenn sie die Red Rose gesagt haben, das ist, wenn sie zuerst getroffen wurden. Darum ist die Expedition. Nun, so abergläubischer Kauderwelsch ist das vielleicht gar nicht. Wir werden es untersuchen. Ihr habt eine Vereinbarung erwähnt, die ihr mit euren Legionären getroffen habt. Ja, das habe ich gemacht. Das ist ein Pakt von Volunteern. Viele Legionärer machen, was es braucht, um nach Hause zu gehen. Das ist deshalb, dass ich persönlich ihre Transferregelungen aufbauen, wenn sie sie zurückkommen, von einem Missionen hinter dem Krieg. Die Chance für die Überleben in diesen Krieg sind nur 1 in 10, wie man sieht. Also meine Soldaten sind freiwillig, und wenn sie erfolgreich sind, dann haben sie sich nur einen Barsch fahren. Ja, eine Idee am Ende. So, wir hätten eine Kirchen-Expedition, die machen wir natürlich am liebsten im Nordosten. Zumindest steht schon mal dort, wo es ist. Eine Grabhügel, die ist in der nördlichen Leuchtturm, ist im Westen. Und die Untonplugge, die nehmen wir im Westen hin, ne? Ist in Ordnung. Nur so als Gag. Ist sie mitfühlend? Oh, das ist schlecht. Das passt gar nicht zu unserem Inquisitor. Was heißt mitfühlend? Erhöht den Wiesenzugwert. Nee, nee, wir müssen herzflos werden. Wir müssen das irgendwie schaffen. Hört sich blöd an, ne? So, wir können weiter rüber. Okay. Ah, das sind die. Nee, nee, wir gehen im Westen dann raus. Weil wir wollen ja das... Wir wollen noch den eventuell... Aber ich glaube nicht, dass wir den noch erwischen. Äh, der... Damit sein Boot abhaut. Oh, nett. Nett. Scheint eben ein Stein. Vielleicht ein Blitz. Ein Blitzer. Nee, halt. Ne, halt. Sichern. So, wie kriegt man jetzt die Stingende Unterhose von Arius? Ist der eher im Keller, die Stingende Unterhose? Oder... Ah, der Saucehunter. Oh, joyous hour. Yes? Discovered anything? Have you found any incriminating evidence against... It was stolen? Gods, what a fool that Roberts is. Taking a bribe in beleaguered old Sysiel. Ah, what was he going to do with that gold? Ach, das hat gesagt, dass die gestohlen ist. Okay. Hm, es wurde eine gewisse Eva-Maria erwähnt. Wer ist das? Evelyn? Musta Theleron's apprentice? Nice lass, her? Brewed me a potion once that cured me of a rash more bothersome than a badger down your breeches. No. She doesn't seem like the type to play hide-and-seek with stiffs to me. Der Burgermeister? You suspect the mayor? Dear me, you couldn't be further from the mark if you lay the blame on a paraplegic cow. The man raised a foundly orc and had a good person to be hearted. Also, Bürgermeister würde ich jetzt... Ja, ich glaube es auch nicht. Oh, diese Eva-Maria, die könnte man vielleicht davor... Wenn man wüsst, wo die ist. Ich habe gehört, ihr wurdet beim Todengräber gesehen. You dare stand here and accuse me of involvement in this sordid affair? You dare accuse a captain of the legion? Get out! Get out! Before I have my men erect a gallows and string up a sauce piñata! Ihr denkt euer Geschrei. Erschüttert mich irgendwie. Falsch gedacht. Ja, wie kriegt man jetzt seine Unterhose? Hier ist eine Truhe. Ja. Allerdings. Wie kriegt man die auf? Ich sehe nämlich hier keinen Schlüssel. Doch, hier oben ist ein Schlüssel. Ja. Das ist so schwierig. Das ist ja sehr schwierig. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist so schwierig. Ich meine, der sieht uns doch sofort. Hm. Der sieht uns doch sofort. Sag mal, wie haben wir uns denn eigentlich versteckt? Nur mal so als Gag. Aufteilen. Wie haben denn wir uns versteckt? Fähigkeiten? Hier, ne? Okay. Ich kann sie günstig geständen. Wisst ihr? So, wie sieht es jetzt? Wo ist er denn? Okay. Okay. Das ist ja wrong. Den nehmen wir jetzt, ne? Na gut. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Areos ist, aber... Vielleicht dann Eva-Maria, aber... Nur, ich wüsste gar nicht, wo die ist. Das ist ja mal kurz. Oh, Eva-Maria, wo soll denn die sein? Hey, tell. Ich glaube, das war ein Insult. Haus des Kochs. Erstmal Reiter. Cecile. Badezimmer. Vielleicht ist sie in der... in der Königskrappe. Wie eine Idee, ne? Oder sie sagen es uns im Tagebuch. Ne. Eva-Maria, wir fanden heraus... Hier, nochmal. Erstmal Reiter, Eva-Maria... Eva-Maria. Tellurions Lehrmädchen. Den haben wir doch noch gar nicht gesehen, oder? Tellurion. Wo ist Tellurion? Achso, wir machen gleich... Ähm... Skalop? So. Tellurion. Der muss ja irgendwo sein, ne? Aber wo? Das ist so, der hieß... Beim Tellurion waren wir da zu leben, ne? Aber wo soll der sein? Ja, fragen wir erst mal Wuffi. Wuffi? So, besser auf. Pretty great. I mean... Esmeralda? Bleh. Jake hat den besten Spell. I don't know anywhere. Achso. Did you find something to me to stick my nose into? Nee. Dann haben wir den Sarong geklaut, ohne... Mist. Mäh. Das ist ja blöd. Ah, das ist ja Mist. Oder hätten wir doch in den Keller gemusst. Das seht ihr. Ich glaube, ihr nicht. Ja. Ja, wie ist denn das mit dem Sarong? Wenn wir schon mal den haben. So. Nee, ach, der ist nicht identifiziert. Wie kann man denn den... Ach, da braucht man... War da nicht irgendwie eine Lupe? Ja, gut. Verhalten ihn mir. Nein, das soll man auch sonst machen, außer ihn zu behalten. Dann müssen wir tatsächlich den finden, ne? Ja, aber wo? Verdammt. Hier oben geht es nicht raus. Also, der geht schon raus, aber... In welchem Haus war man denn noch nicht? Hier drüben eventuell? Aber das ist der Osten. In den Osten rein? Die wollen uns auch nicht durchlassen, oder? Aber vielleicht ist ja hier zufälligsterweise... Das Haus von dem Tellurion. Weil was... Oder hier? Ach nee, das war die Ruine. Das war die Ruine. Und wer wohnt hier? Unten? Da wollen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Oder wer wohnt hier? Komm, wir gehen nochmal... Wir gehen nochmal in den südlichen Bereich. Aber das ist kein südlicher Bereich, richtig? Ja, der ist. Richtig. Tellurion... Oder er ist natürlich in der Königskrabbe. Das kann natürlich auch sein. Wäre natürlich eine Idee, ne? So, hier haben wir auch noch ein Haus jetzt. Wer wohnt hier? Ist verschlossen. Und hier? Auch verschlossen. Ist das schon mal schade? Und hier? Wartet mal, wer wohnt denn hier? Krämerladen. Ist auf weiteres geschlossen. Wartet mal, dann machen wir gleich, damit wir nicht noch fünfmal reinsappen. Ähm. Ähm. So. Krämerladen. Verlossen. So, dann haben wir hier drüben noch so ein kleines Häuschen. Ach, das ist Eva-Marias Haus. Und dann... Kommen wir das... Schlossknacken geht nicht. Bist du eigentlich, ne? Kommen wir da irgendwie anders rein? Im Keller oder sowas? Wartet mal. Hier. Könntest du mal weg? Ja. Könntest du mal weg? Und wer... Hier ist wahrscheinlich Therion, oder? Ist auch verschlossen. So Mist. Wann mal hier ist ein Schaf. Da könnte eventuell unsere Schafpferdins sein. So Mist. Ja. Ja. Oh, oh, Oggett, you're rotten to the bone. Oh, me poor sweet plump girl. You've been wasted entirely. All that roast. All the mutton. Not even the sausage grinder will want her now. Give her here, will you? Me little moldering darling. That louse. Did he even bother grilling a single luscious chop? I bet he wasted every last morsel. Captain Aureus will have a thing or two to say about this. This is intolerable. The momentum of time is slipping through our heads. And we fritter it away on conversations about decomposing mutton. Focus, Sauce Hunter. Focus. Yes, yes. Alles gut. Der ist eigentlich hier dran. Die Tür kann man zumindest öffnen. Das ist Therium. Die Tür kann man zumindest öffnen. Das ist ... Das ist ... Das ist ... Zierlicher ... Zierlicher ... Ich? Zierlicher ... No matter, no matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the order sent the individual with the next highest probability of success. Eh? Sein bestes Mitglied nicht entbehren? Und was sprecht ihr? Hmm ... Lasst mich ein paar Fragen zu den Vorgängen in Seisel stellen. Was wisst ihr über die Untoten? Das zum Thema. Die Besten. Wie steht was über den Mordern? Check. Der Kanzler? Terrible lost that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted civil servant. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turning. Ah, ihr nicht. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret, you know. Ihr nicht. Und ihr? Me? I'm ... More than little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata. Of her unslakeable thirst. A simple pinch of her tropa belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application of Secuta Duglasi on the tongue. Hmm ... Ein Quacksal, also. Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Seisel of late. So war euer Lehrmädchen, also erfolgreich. Yes, yes. If that's how we're referring to the secretive use of a revolutionary healing method, she refuses to share with her own master. Hmm ... Hmm ... Das ist ungewöhnlich. Und verdächtig dazu. She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. Diese revolutionäre Hallenmethode, können Sie bitte genauer erklären? Neither of you have. She's got a hold of a stone, supposedly capable of a fantastic feature of healing. Ah. But she won't let me take the briefest look at it. Aha. She claims to have gotten the relic from a little northern town, Silver Glen by name, and that an abbot there blessed it with the power to heal. Hmm ... Das ist bezweiflich. What a rubbish, I say. But with these blasted und dead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silver Glen to learn the truth myself. Sprechen wir noch etwas über euer Lehrmädchen. Well, she's certainly possesses a critical eye and an exacting manner when it comes to making difficult medical decisions. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is learning from the best after all. Hmm ... Oh, die ist gut. Die bräuchte man eigentlich nicht. Nur 101, ne? Aber wir haben schon gerne. Denk mal dran, dass wir zu dem wieder gehen, hier. Hmm ... A mysterious healing stone. Interessant indeed. Hmm ... Nothing set me on edge for inexplicable magic for his very existence. That relic of Evelyn's, the so-called healing crystal. I've seen one like it before, and by the patriarch's pockets. It's a relic of source. Aha. One look at that gem will be enough to convince me, it's no force of good, but a bloodstone through and through. So ... Ich dachte, es mir beinig. Hmm ... Anybody? Neither of you cares to plead for his very existence? Ein Blutstein, sagt er also. Erzählt weiter. I know I'm not the most. Well, circumspect sort of source hunter. But in this case, I feel we ought to tread carefully. Bloodstone is so name for a reason, you see. What starts as a pretty gem, is corrupted by six sorcerers, who infuse it with the blood of the slain. Um ehrlich zu sein, kommt mir diese ganze Heilerei auch verdächtig vor. Wir sollten das überprüfen. If that stone is what I suspect, I wouldn't trust Siseal's so-called healers any more than I trust a pyromancer on a wooden boat. Is there a existence? Hmm ... Das heißt ... Ey, ich wollte noch was machen. So, jetzt vergessen. So, which of you is more deserving of life? Come, make your face. Ja, wir machen heute Schluss, vor allen Dingen. Ich wollte noch was machen, aber mir fällt's nicht mehr ein. Vielleicht fällt mir das nächste Mal das Ganze ein, aber ... Momentan. Ich sag der Waldschau-tschau. Ja, genau. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ah, das macht mich echt kirre. Macht mich echt kirre. So ein Mist, ne? Das ist besonders, wie gesagt, bei Baldur's Gate und hier bei Divinity. Also vom gleichen Entwickler, ne? Merkwürdig. Aber das Merkwürdige ist halt, dass zur Zeit Wartales auch ein bisschen ruckeliger läuft. Und Garden Life abstürzt. Das macht mir ein bisschen zu schärfen, wisst ihr? Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wie gesagt! Danke. Vielen Dank.